Hallo. Hallo. Hi. Das war es jetzt. So, wir fangen an. Nein, war ein Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Imperial Galactic Survival mit Jack Fleischhammer, Spiele, Kaiser und Mario Schröber, der leider schon wieder gestorben ist. Ja, doch bist du so richtig. Aufnahme an, steht bei mir tot. Und tot. RIP Mario. Ja, wir sind neue Aufnahme-Session, neue Runde. Natürlich geht die Sonne unter, oder? Ja, natürlich. Ne, die müsste aufgehen, oder? Ne, die geht unter, also hier, wo ich bin. Äh, ablegen. Hier, so. Ähm, was ist mit Essen? Essen. Besorge ich. Also, ich stelle mal jetzt drei Sachen in den Raum. Wir brauchen Essen, wir brauchen Sauerstoff und wir brauchen Wasser. Na gut, Sauerstoff würde ich jetzt vom See holen. Ich muss sowieso zum See die Geräte freischalten. Okay, dann. Noch eine Waffe dazu. Okay. Noch eine Waffe dazu, bitte. Und dann, mein Backpack liegt da hinten die Musik jetzt erstmal ruhig. Du hast, hast du, äh, keine? Ich bin grad gestorben, mein Lieber. Nochmal. Ne, also, ist hier in den, in den Kisten nichts? Und mit deiner, übrigens, schnippischen Art kommst du bei mir nicht weit. Da wäre ich nur noch langsamer. Reine Informativen. Ja. Mhm. Weißt du, das Stummelwert Teil 2? Nicht dein Ernst, was ist denn das für ein Vieh? Ah ja. Ein ganz schneller Raptor. Mach dir den Stummelwert Teil 2, Herr Schröber. Okay. Oh, ja. Mach mal. Dankeschön. Bäm, bäm. Oh Gott, ja. Das ist ja ein Konstruktor, den wir haben, was? Was sind das für Viecher? Was sind das für ein Raptor? So ein feilschnelles Teil. Was ist denn los? Ja, keine Ahnung. Er wollte mich angreifen. Also, was er wollte. Er hat es. Jetzt ist er tot. Das hast du jetzt. Drecksack. Fehlschort. Radioaktiver Nebel? Nöööööööööööööööö. Danke. Bitte? So, pass auf. Ja, ist gut. Ich glaub, damit kommst du erst mal klar, wenn ich jetzt das Ding wieder anmache. Dann mach ich nochmal ein bisschen Munition für euch. Äh. Aufmermerne Waffe. Da verkreistet ziemlich viele Geier über unsere Base. So, die kannst du hier nehmen und dann haben wir eigentlich Mopeds? Ne. Um Gotteswillen. Die könnten wir. Na, so. Mopeds, das wäre ja viel zu hoch. Die fahren so toll. Der Sound ist besser geworden, der ist nicht mehr dieser... Echt? Ich bin noch nicht so... Ja, aber die fahren sich gut. Ja? Du hast halt die Fahnen herstellen, Christoph, was du hört? Mit welchem bist du denn hier? Mit dem großen, dicken? Leider ja. Tut mir leid. Gesundheit. Hast du drin? Nee, warte. Jetzt gleich. Jetzt sitze. Oh, die Spinnen sind aber auch... Fliege er mich zu meinem Weg mit mir ein Stück geradeaus. Ey, ey, holst du denn hin? Was? Warum lädt er nicht nach uns? Aziz! Aziz! Doppelspinne! Wo willst du denn hin? Wie liegt's da? Liegt direkt vor mir. Dort, wo ich fast gestorben bin, Mädels. Ja, richtig. Deswegen. Hier ist... Nisch... Nisch... Nisch für mich. Ach, was jetzt fliegt ihr mit dem Raumschiff? Weißt du, ich bin hier zu Fuß unterwegs und der feine Herbert wird... Schlag ein. Ich will doch sie jagen. Oh, ich bin jetzt... Ich bin jetzt obenauf irgendwie. Ja gut, dann... Warte. Moment. Besser? Komm mal runter, bitte. Wo ist mein Backpack? Lagi. Danke. Mann, ich will mehr Ausdauer haben, ey, das nervt hier. Ja, das nervt. Meinst du? Ja, okay. Okay, bin drin. Muss es gehen. Schau mal, kommst du mit ne Runde? Wo weit dann hin? Wir jagen. Wir jagen jetzt. Habt ihr nen Hund? Ach ja, genau. Wir haben Fleisch, wir brauchen nen Hund. Okay, bin da. Wie soll ich abholen, Kaiser? Gerne. Das ist Base, ne? Ich hab Wasser geholt. Und Luft. Hast du? Und Luft. Was war denn das? Und Luft. Und Luft. Im 16 Fleisch einstecken? Ja, genau. Dann steig ich auch kurz mal aus und würde mal kurz das Fleisch, was ich habe... Wird doch nicht schlecht, komm. Also wird schon schlecht, aber nicht so schlecht. Haben wir nen Kühlschrank nicht hier drin? In der Karre? Doch, ist. Neben den Sitzen. Warte. Was neben den Sitzen? Ja. O2. Würde du richtig neben dem Sitzen oder meinst du den Bereich, wo die Rollos sind? Mach doch. Kannst du über P nicht einfach rein dumpen? Hier. Hier hinten. Hier hinten zuerst. Ah. Ach, dieser kleine Reisekühlschrank. Ja, passt da eigentlich rein. Muss nur richtig drücken. Oh, siehst du hier? Zack, schon voll. Siehst du? Ist da noch irgendwas drin? Andere Seite ist auch noch einer. Ne, hat doch gepasst. Hat doch gepasst. Aber die ganzen Setzlinge zum Beispiel sind nicht verderblich, nehme ich auch aus. Ja, ich sitze ja. Ich sitze. Das ist aber auch ein Gemecker hier. Eins, zwei, Passagiere. Das ist schon sehr autoritär. Außerdem ist die Tür offen. Niemand hat die Tür zugemacht. Niemand hat die Absicht deine Tür zugemacht. Niemand hat die Absicht deine Tür zugemacht. Man kann doch ein bisschen den Helm abziehen hier drin. Ne, kein Sauerstoff. Ja, wir haben nicht genug. Oh, ich sterbe. Warte, nicht, nicht weiter. Wieso? Was ist echt? Ich hatte wahrscheinlich einen Gebiss oder so. Mein Pack liegt oben drauf. Ja, ja. Liegt noch. Liegt noch. Alles gut. Liegt immer noch. Ich hab grad noch auf die Energieanzeige geguckt und denk so, ein Leben, zwei Leben. Wahrscheinlich Zuschauer vor den Bildschirmen. Ne, der hat sich schon eingestellt. Der Backpack fliegt jetzt grad runter. Ja, sie muss hier irgendwas machen. Die Tropfen brauchen wir uns echt alle. Wir haben radioaktiven Nebel deswegen vielleicht. Können wir nochmal aussteigen? Deswegen gestorben? Ne, ne, ne. Ich sterbe nicht. Warte, ich geb mich kurz rein. Ich bin gleich wieder da. Ich sterbe nicht wegen so ein bisschen Radialisität. Ich sterbe nie. Das ist ähm. Aber der Blitzer. Ja, stimmt. Ja. Wow. Gibt's noch einen blauen Planeten? Oh. Warte mal, Herr Schrupper. Dann können wir ja auch schnell deine Munition mitnehmen. Du hast nämlich Munition fertig. Ich hole sie dir. Bleib sitzen. Ja, dann bringen wir ganz kurz auf die anderen Sachen schnell noch hier weg. Ich nehm die 8,3 Millimeter gerne. Ja, die sind auch hier drin. Ich bin die Gebärta. Oh. Das sind aber viele Munitionsschüsse hier. Die werden nicht weitergehalten. 400. Was? Echt nicht. Noch mal gegen. Ne, das war der Ausflug. Doch, klick mal nochmal hier. Das war der Ausflug. Mit F. Ah, nochmal rein. Okay. So, das war der Ausflug. Hat euch gefallen? Bis zum nächsten Mal. Wir sind nur so immer über den Hügel und zurück. Alles klar. Hat gelangt. War gut. Nein, das muss man erstmal nachmachen. Muss man erstmal, ja. Kann ich bitte mal an das Ding ran, Mario? Ja, darf ich ganz kurz noch die Salami ansetzen? Dankeschön. Liebe, liebe Empügel-Leute, liebe Elion-Leute, bitte baut mir eine Hupe für so eine Situation. Ich will jetzt so gerne hupen. Wo ist denn das Fleisch drin? Das ist ja merkwürdig. Miep. Miep. Ich meinte Fleisch gehabt zu haben, Thäden. Hast du sich den Kühlschrank im Schiff getan? Ja. Ja, na toll. Hab ich, hast du recht. Verdammt. Den hab ich aber gerade leer gemacht. Ja, das ist ja gut. Das ist echt ein Hempferschämenbrat. Nehmt euch noch ein bisschen Salami mit, bitte. Ja, ich hab die Munition hier. Äh, packe ich in... Wo ist denn das hier? Ventilator. Löse Minigun. Jetzt hab ich wieder hoch. Schnell, wir müssen Gas geben. Bringt alles zu essen mit, was ihr habt, bitte. In die erste Frachtbox bei P. Ich hab Hunger. Die sitzt schon. Wo hast du denn die Frachtbox hier ins Schiff oder wie? Ja. Bei P. Aber nimm nicht alles, weil Schröber braucht auch noch einen. Ist mir egal. EG. Hast du die Frachtbox bei wo? P. Wenn du auf P drückst, die erste Frachtbox. Achso, du machst das so. Ich geh mal... Ich dachte, wir machen Roleplay. Hartes Roleplay. Großfleisch. Also wissen wir, weil ich jetzt gerne möchte, dass wir hier eigentlich... Ich steig da wieder aus, Alter. So. Drop mal kurz, Mario. Ein bisschen. Zwei. Hier. Hälfte. Hier. Bitteschön. Bitteschön. Bisschen Salami. Ich sitze. Ist jetzt gut. Boah. Ja. Jetzt bin ich der Einzelner. Ich steh auf und wollte gucken, was ihr hier für Scheiße macht. Ne, ist alles gut. Ey, können wir endlich mal losfliegen, bitte? Wir neigen jetzt wieder auf, Alter. Das dauert aber auch wieder. So, jetzt lassen wir mal in Richtung. Wir könnten mal... Zwei Stunden später. Das ist der Hulk-Planet hier. Wusstest du denn das? Einfach Tiefflug und dann äh... Wenn Hulk Vernausprobleme hat. Sieht das so aus. Guck mal, das ist... Einiger, aber schon Richtung... Boah, geil. Hast du das gesehen, ey. Ich weiß nicht, Farm, Vehicleport... Ist alles so hart umkämpft, ne? Alien King Palace. Hier, die. Da sind Viecher. Warte mal. Die hier. Okay. Die werden jetzt geschlachtet. Okay. Ja, ja, ja. Er ist lieb anfüttern und dann. Bufse mit ihr Brüll. Äh, ich steh im Boden drin. Warte. Ich bin... Kannst du mal abheben? Ich steh im Boden. Danke. Immer noch? Falsch. Ey, die hauen ja ab. Ja, ja. Die haben Angst vor euch. Einer liegt. Einer liegt. Ich... Ich hol mir seine... Ich hol mir seine Eingeweide. Suhlst du dich? Oh, wow. Super. Zwei Stück Fleisch. Aus dem riesen Viech? Nein, da sind noch mehr. Mehr nicht. Ne, ne, mehr nicht. Da sind noch mehr. Na toll. Ah, ich glaub wir müssen... Die hauen halt ab. Ja, komm. Die reichen nicht so weit. Die reichen jetzt ne ganze... Ne, die reichen nicht so weit leider. Na komm. Ach, der läuft ja hin. Er läuft hin. Na gut. Machst du hinlaufen? Ja, warte ey. Richtung Norden. Ne, lass uns ruhig... Da. Ja, genau. Lass uns mal hier im radioaktiven Zeug. Lass uns nicht. Lass uns 70 Ausdauer ey. Ey, sag mal. Jetzt landet da die Kiste auf dem Schädel du. Du bist ja auch Minus Kumpel mein Freund. Alter Freund. Das sind die Chits. Aber die reichen aber gut. Ja, deswegen müsst ihr euch ein bisschen absprechen. Ich hasse dieses permanente Ausdauer-Gedöns. Das ist echt die mieseste Änderung in diesem Update. Aber da sind zwei komische böse Viecher. Boah, das hält aber eigentlich jetzt aus von der Nacken, ne? Ein komischer böse Viecher? Böse Viecher. Ach, die hier. Die haben auch Fleisch, ne? Ja, ja. Richtiges oder? Schon verschimmelt. Ich bin rangegangen, das hat euch verschimmelt. Instant. Hm. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass er es getötet hat und du... Ah, dann darf ich dich haben oder was? Nein, auch nicht. Weiß nicht. Vier Fleisch, ey. Kannst glaube ich am besten echt mit dem Schiff jagen. Ja, fast schon, ne? Oh, ey, vielleicht nochmal echt jetzt jetzt... Wieso schnell abhauen? Ja, ihr müsst jetzt hier einsteigen. Ja, wir kommen. Ja, dauert nur eine halbe Stunde, weil er genau auf der anderen Seite war. Ey! Minus, hast echt? Nein, ich hab mir nicht geklaut. Wieso klaust du mir meine Ex nicht? Nein, hab ich's nicht. Ich komm klar soweit. Ich bin gleich da. 30 Meter. Ich komm aus dem Süden. Machen wir das Licht an, dann sehen wir uns schon auch was. Hinter mir. Komm mal. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Geregelt. Danke. Ich hätte was besseres als diese Standardwaffe. Warte, welche hast du denn? Na, die normale MG hätte ich. Sturmgewehr. Hast du? Ja. Okay. Steht auf meiner Liste. Alle einsteigen bitte? Ja. Sitze. Also? Ja. Sitze auch schon. Oh, da kommen wir die Heroikenschauer. Bumm, 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 bumm. Die können mich kaputt machen, oder? Ja, ja, ja. Und Feuer los. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und Feuer. Kann uns jemand bitte befreien hier von dem irren Piloten? Von dem Irre. Ist der. Ist der. Ist der. Können wir mal wohin fliegen, wo's schön ist? Ja, hier zum Beispiel. Ja, hier zum Beispiel. Lass mal von den wechseln. Hat irgendjemand ne T2 Pistole? Dann hätte ich für den noch ein bisschen Schuss. Ne, wir brauchen so nen Abgo-Eck-Kit. Also ich brauch die. Wie kriegt man denn so nen Abgo-Eck-Kit? Und Zuschauer. Haben wir nicht. Und es ist gut so. Woher kriegt man das denn? Ähm. Finden. Also Routen in, in. In den, äh. Chipcam droppen oder was. Ah, genau. Nein. Ist schon gut. Jetzt bist du dran. Magnetium ist gut für Munition. Ich würde gerne, dass wir unser primäres Ziel verfolgen, dass wir das Capital Vessel bauen und auf einen anderen Planeten kommen. Weil in der Vergangenheit war es so bei jedem Let's Play. Wir haben es eigentlich nie zum Capital Vessel mehr geschafft. Ah, hier sind viele Fücher. Naja. Es gibt Gründe und so. Es gibt Gründe, ja. Wollen wir hier drin landen einfach so? Ja, Spinnen. Hier im Aufleih, oder? Nö, wollen wir nicht. Oder wollen wir uns dem Spinnenfeld von äußern haben? Nö. Es sind überall Spinnen, es sind überall Spinnen. Ich sehe gar nichts hier. Es sind grün, du, Alter. Habt ihr irgendwas gegen diesen komischen Spinnenbiss? Ansonsten habt ihr echt Probleme? Ne, haben wir nicht. Warte, 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 warte. Ich hab noch ein bisschen Gegengift dabei. Doch, ich hab acht Gegengift-Tabletten. Reicht nicht. Reicht für zehn Spinnen. Reicht niemals. Aber ihr wisst doch, wie hart die Spinnen waren. Das macht doch keinen Sinn. Die sind richtig hart, deswegen. Rechts eine Base, oder? Rechte Hand. Oh, hier, ne, auch Spinnen. Einen Golem und fünf Spinnen. Rechte Hand. Ach, ich sehe hier nur. Ja, eins bis hin nach links. Ein Einfahrt, ne, das ist rechts. Links, 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 links. Ah, da kennen wir doch, oder? Die Supply, die kennen wir. Die haben wir schon, okay. Supply Station. Da ich schon. Ach so, wir waren ja noch dabei. Warte mal. Wartet nicht die, die uns so weggeputzt haben? Ne, 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 ne. Ne. Da waren die Gegner, die uns weggeputzt haben. Die hatten wir hier ausgeräumt. Boah, das sind aber auch Spinnen hier, wa? Der ist richtig Invasion. Das ist doch unfassbar. Hier unter uns ist ja noch so ein Vieh. Kriegen wir den hier noch? Ne, die sind zu viele Spinnen, Jackie. Keine Chance. Kannst du den mit dem Schiff nicht platt machen? Habt ihr eigentlich mitkriegt das Update von Imperium, was jetzt kam zuletzt? Ne. Gab es das so? Ja, also finde ich jetzt, das habe ich mir zumindest gemerkt, was ich wichtig finde. Und zwar einen Scheinwerfer. Wir haben jetzt gerade die Situation gehabt. Jackie muss die Nase abkippen, damit er ausleuchtet. Und es gibt einen Scheinwerfer, der praktisch um 45 Grad Winkel nach unten geht. Also praktisch einen Bodensuchscheinwerfer. Hm. Boah, der hat Steinebein. Leck mich. Ne, wir können wieder aussteigen. Nicht aussteigen. Komm drinnen, Mina. Also diesen Suchscheinwerfer finde ich persönlich jetzt interessant, weil das Thema hat mir schon ganz oft... Das ist gut, ja. Immer so runterhalten, ist auch blöd. Dann kommen ein paar Spiele. Sieht sehr gut aus. Ja. Ah, der Nebel ist weg. Nebel ist weg. Nur so ein bisschen. Jetzt wird's besser, der Nebel ist weg. Mary TS... Ich lese immer Mary. Vehicle Port and Farm. Wir fliegen jetzt Richtung Farm. Sieht ja cool aus irgendwie, oder? Mhm. Wir brauchen Fleisch. Research Outpost Beta. Haben wir da nicht aufs Maul gekriegt, Checky? Ja, haben wir. Okay, Jonas, nochmal ein Golem. Auch wieder zwei, drei Spinnen in der Nähe. Aber kein Fleisch. Das ist ein T2, jetzt habe ich hier. D1. Aber so, das ist die Basis dahinter. Wenn ich euch absetze. Dumm. Ja, haben wir alle. Können wir das klären? Ich setze euch ab und fängt die ab und so? Wen spinnen? Das Vieh dahinten macht uns platt. Da fehlt ein Schuss immer weg. Die Basis haben wir doch letztes Mal schon ausprobiert. Nein, die müssen wir doch irgendwie wegkriegen. Déjà-vu. Ja, aber mit dem Scharfschutzgewehr eventuell. Oder hier alles verlegen. Wir haben auch keins. Wie viel Schuss hast du noch im Schiff? Ich glaube 1.900. Das ist einfach platt. Das ist woanders rum. Danke, alles klar. Wir machen dir was Kaisersachen. Ach du Scheiße. Ähm. Yay, Zimmer. Ach schön. Zieh hoch. The Flying Penis. Guck mal, der kommt aber nicht hinterher hier. Nee. Boah. Ouch. Das reicht ja nicht. Sehr gut, sehr gut. Oh. Schöne Aufnahmen. Tolle Thumbnails hier. Die machen ja wahnsinnig Damage. Wir brauchen Raketen. Ich bin aber nicht so schnell. Siehst du das? Yay. Oh, Fleisch, hör mal. Du Gott. Oh. Alles gut. D-Besterben in 3. 2. Gar nicht. Lande, lande. Nehm die Basis aus. Alter Freund. Schütting. GG. Hast du schön gemacht. Der Fleisch. Ich hab 5 Millionen Screenshots. Guck mal vorne. Äh. Boom, 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 boom. Minigallone. Der andere ist noch irgendwo hin? Ne. Den Golem? Ne. Da ist noch irgendwo hin. Den hat er gesehen. Ich brauche sie. Okay. Looted den Golem. Okay. Macht Minigas. Bin irgendwie. Was du bist. Noch nicht. Bin Action. Erzähl. War gut. Ja, dann habe ich den Wii-Cuport, würde ich sagen. Ich hör hier was grummeln. Ich hör hier was grummeln. Ich hör dir trapsen. Dann lass uns mal den Haupteingang. Ich hör dir grummeln. Lass uns mal den Haupteingang. Boah, das sieht geil aus. Ach, das ist ja... Wow. Ich weiß nicht, welches Screenshot sich verwenden soll. Ne, ich finde das sieht fantastisch aus. Dieser pinkfarbene Himmel. Wisst ihr übrigens, dass es jetzt zwei neue Emotes bei mir auf dem Twitch-Förner gibt? Ein. Ein pinkes Einhorn. DJ, warum das denn? Keine Ahnung. Man muss ja auch ein bisschen... Wisst ihr? Im Haupteingang? Ok, ok. Ok, ich bin mal hier einfach so querfekt ein. Oho. Wozu Ihrclip, wovre skein? Ne, gehts nich rein. Eieieie! Bayer Mission abgeschlossen, was zur Hölle? Kommt doch so ein scheiß-Pop-Up, was man weklicken muss? Ich habe eine Mission abgeschlossen. Oho, wow... 25 Leben noch? 25 Leben. Hat irgendjemand irgendwas? Eine Banagena. Jaja... Vier Banagen, Kleiner Armies... irgendwas knurrt hier noch weil er steckt ok stimmt hier drin achtung sind nur drei salami macht euch bereit halten halte da ist noch eine stoff rückwärm brüchleim 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 wir müssen das in aufteilen in zwei schichten kaiser aminias ist die erste schicht ich spreng den den spawner gibt mir meine feuerschutz bereit machen hier ist noch ein spawner kaiser schütz mich immer headshot 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 okay gute explosion ist noch am start ist okay okay klar kurz im medipack reinziehen sehr gute idee hier ist alles gut ist alles frei ja ich habe noch essen einstecken wenn irgendjemand noch irgendwas braucht was machst du jetzt sprich die kiste was war das hier ist noch ein tür der aufzug ich mach die tür auf ich mach die tür auf ja ich hab nur noch gegner geschaut halt es geht nach oben warte 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 nicht ach sch... tut mir leid erste schicht der kern ist oben oh was ist denn was schießt denn da raus der schießt da durch ja der kern ist oben lass uns den kern erst holen und dann okay das ist mir noch ein medipack stimmt es überhaupt dass der kern oben ist weiß ich gar nicht ui was ist das denn für eine pflanze der tod einfach wie schnell wie schnell ja krass war doch richtig was mir hier zu machen noch ein... noch ein Dings ein Spawner ja warte was ist das geh da runter von dem Ding geh da runter von dem Ding geh da runter von dem Ding wir waren noch eigentlich Schicht 2 oh fuck wo war das das war Minions ah da ist ein Schützer oben warte und Kaiser das ist wie die Dura-Zerwerbung und er schießt und schießt und schießt und schießt was ist das für eine Pflanze hier nimm mal mit die hätten wir ja ne nein Medizinstation gespawnt ich Arsch nein ok ich komm gleich wieder ich bring mich nur um ähm scheiße nein ich kann mich nicht umbringen es bringt ja nix Moped oder wir müssten dich dann abholen wieso bin ich denn wieso spawne ich nicht bei uns an der Basis nur als Beispiel ne weil du einmal Medizinstation gemacht hast und dann kannst du nur noch im im ne ich hab jetzt Medizinstation gesagt ich war doch nicht tot hier ist ein Spawner sondern kann mich hier nun abholen bitte nächste Folge mach meine nächste Folge nächste Folge nächste Folge wird Minions wieder an der Basis sein und dann wird er nicht mehr merken dass er einen Knopf drücken muss musst du jetzt nicht so schnell ausmachen na doch ich bin ja schon ein bisschen pisst warum weil schmierig und du hast mich auch nicht gewarnt du hast weil Scheiße passiert ist deswegen genau wir sehen uns die nächste Folge macht's gut dahin tschüss 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 tschüss